Miley Cyrus und Liam Hemsworth fuhren nach Costa Rica auf einen romantischen Bikini-Urlaub. Miley und ihr Verlobter Liam wurden an dem tropischen Ort gesehen, als sie den 23. Geburtstag des Hunger Games Stars feierten. Laut den E-News war das Paar mit Chris' großem Bruder Luke, dessen Frau Samantha und ihren drei Kindern in Costa Rica. Einige Fanseiten von Miley teilten Fotos von ihr im Bikini, als sie ein Bad in einem abgelegenen Fluss nahm. Die Sängerin und Schauspielerin twitterte vor kurzem, wie wichtig es ist, auf seinen Körper zu achten, weil Gesundheit Glück bedeute. Dieser Trip sieht nach einem tollen Anfang von 2013 aus.